Ja, hallo Leute! Und zwar streamen wir gleich The Last of Us Part 2. Wer The Last of Us 1 nicht kennt, ich werde jetzt hier kurz ein bisschen spoilern von der Story her. Und zwar geht es darum, dass sich ein Virus verbreitet durch Sporen. Und wenn man diese Sporen einatmet, wird man so eine Art Zombie. Und aufgrund dessen wurden die ganzen Menschen abgeschottet durch das Militär. Und sozusagen eingesperrt. Und eine kleine Gruppe versucht halt ein Heilmittel dagegen zu finden. Und es gibt eine Person, die gegen diese Pollen immun ist. Und um ihre Heilkräfte zu nutzen, hätten sie ihr das Gehirn rausreißen müssen. Und dann daraus ein Heilmittel herstellen müssen. Unser männlicher Protokonist wollte das nicht, dass das mit Ellie passiert. Hat dann Ellie gerettet und ist mit dem Heilmittel für die ganze Menschheit abgehauen. Wie es jetzt in Teil 2 weitergeht, wissen wir nicht. Es bleibt spannend, es ist für mich blind, also nicht wundern. Aber soviel zum Story des ersten Teils. Und ich freue mich auf euch, also bis gleich. Tschüttelö.